Ok, es geht rein. Tolerance was known, until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance, as the pathway between rounds collapsed. But ah, perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path never is winding and full of terror's nascent realm walker. Willst thou succumb to fae lands beyond by wit? Or wilt thou endure find the way homeward and rebuild the new? Ok, I have to achieve Nightingale. Erreichen oder erschaffen? Feenring are spawn points. Wenn sie sterben sind, entscheiden sie ihren Nesgelesen, Feenring oder Rückzugsort. Ok. Ah, let me your words steer your steps. Mhm. also sieht selbst mit meiner grafikkarte sieht das schon sehr sehr gut aus und ich habe alles auf performance gemacht wie lang schon am zocken fünf minuten erzählen wir ungefähr zehn minuten überhaupt meine grafik ist wirklich extrem schlecht okay wir können so hauen mit mit uppercut wir haben ausdauer Eile dich, Mensch. Kann ich dir irgendwas hauen? Noch nicht. Wo ist er hin? Da. Okay. Mhm. So. Eine Waldkarte und eine Neben. B-Karte. Biom-Karte. Ich spiele diese Karte, um einen dicht bewaldeten Wald zu besuchen. Die erste entdeckte Welt von einem üppigen, überzogenen, die Ritter des Roten Kreuzes. Welcherweise glauben dies? Okay, man kann also Karten finden und dann in eine andere Welt reisen. Ich spiele diese Karte, um eine kleine vorübergehende Welt zu suchen. Es existieren kleine Wildnisgebiete als Passagen zwischen größere Welten, die in... Okay. Okay. Los, Stargate. Flieh, Realmwalker. Die Fienden haben deinen schweizenden Stensch. Okay. Okay, was fehlt dir denn in dem Game? Ich finde, der Einstieg ist schon mal deutlich besser oder angenehmer wie Entschrouded. Weil mehr... Du wirst mehr abgeholt, so von der... Von der Wild. Ja, deutsche Sprache in so Spielen ist immer sehr, sehr kostenaufwendig. Das ist leider so, ja. Finden Sie Puck. Ein hermetiger Handbuch, okay. Okay. Ich bin Puck. Ich bin Puck. ok also schlafen essen leben sie sind am verhungern ja schlicht was kann ich hier aufheben hölzchen er hat auch mal hölzchen und steinchen wahrscheinlich sagen wir irgendwo bären malo sie kennen gegenstände wie nahrung fackeln in der nebenhand halten 6 wir essen ok wir brauchen bären mal hier stücker steinchen brauchen wir noch was hat er jetzt gesagt okay so kann ich mich ja steine nehmen ach so wir haben da oben ein questglock brauchen noch mehr bären weiter haben die mich gerade erschreckt so neue entdeckungen lagerfeuer wie komme ich dahin b herstellen grundlagen von reparieren so habe ich alles platzieren loser untergrund ok 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 wir machen wir machen hier was am strand mal hier ein bisschen platz es sieht schon es sieht schon wirklich schön aus und meine grafik ist wirklich bescheiden aber es sieht sehr schön aus so wir kochen hier ressourcen automatisch hinzufügen easy baut wie etwas lager können zum kochen verbessern von herstellen gegenstände benutzt werden so wir nehmen wir hier können wir ein paar 25 ok so gebratene bären sehr gut brennstoff herstellen ich habe eine 10 70 drin wir sind noch eine wäre reingemacht ich brauchte eine ok so sieben sind sieben die gebratenen bären essenzen weltkarten rucksack deine primitiv ok sie sind am verhungern ich esse die mal gebratenes fleisch kann man noch weiteres alter ich brauche viel mehr zu essen also mich wundert es auch dass es auf performance getrimmt ist aber trotzdem so gut aussieht quest abgeschlossen finden sie portal in der welt und beginnen sich in den wüsten neben weg welt kann ich irgendwas anderes herstellen ja ich kann momentan tatsächlich nur das wüsten karte ok das sieht schon geil aus gut ab in die wüste ich bin mal gespannt wie das bei meinem 40 90 aussieht ja ich bestelle mir dieses jahr irgendwann eine 30 irgendwas was 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 war